Hallo ihr Lieben, es ist Christian Schumacher, Patroport, Technopsychologe und so weiter und so fort. Ja, heute gibt es mal was Neues und zwar bringe ich ja diesen Dramakurs raus und heute gibt es mal das Startvideo von meinem Dramakurs. Deswegen wundere ich dich jetzt nicht so über das Wording, weil das der erste Tag von dem 30-tägigen Kurs ist. Gibt es jetzt mal direkt für euch. Wenn du sagst, boah, geile Sache, Kurs will ich haben, gibt es noch zum Frühbucherpreis. Link packe ich dir in die Shownotes, hier unter das Video und dann viel Spaß mit dem Anfang meines neuen Dramakurses. Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Dramakurs. Ja, freut mich, dass so viele dabei sind. Hätte erst gar nicht gedacht, dass es so ein Thema ist, aber ich glaube, wenn man erstmal so länger diese Liebeschip-Arbeit macht, dann merkt man, dass man auch ein Thema mit Drama hat. Und ja, das ist jetzt erstmal, geht es heute erstmal los. Wir definieren erstmal so ein bisschen Drama. Und ich möchte auch dich bitten für heute, oder nicht für heute, für den ganzen Kurs mal ganz andere Sicht zu finden auf das Thema Drama. Normalerweise denken wir ja bei Drama, ja, was weiß ich, irgendeine Katastrophe irgendwo auf der Welt und es ist ein großes Drama oder, was weiß ich, wir haben eine schlechte Wirtschaft und die Rezession ist ein großes Drama. Also, es gibt so unterschiedliche Level, wo Leute jetzt sagen, dass ein Drama ist, aber man denkt typischerweise jetzt an so großflächige Sachen. Das machen wir jetzt hier aber nicht. Wir gucken jetzt hier auf dieses Alltagsdrama, was, was weiß ich, irgendjemand, eine Freundin hat Liebeskummer und ist im Drama oder hat einen Job gekündigt bekommen, ist im Drama. Oder auch irgendwas sehr Positives, was, ich hatte im Lotto gewonnen und ist im Drama. Und also wir gucken auf dieses Phänomen, irgendwas ist los und definieren das jetzt hier auch mal und wollen dann mal herausfinden, warum hängen wir da so dran. Weil ich glaube, wenn du immer ein Drama im Leben hast, dann ist das nicht unbedingt der Grund, dass einfach alle Leute so dramatisch sind und schräg sind. Also das sind sie sicherlich auch, aber auch, dass du es immer wieder reinlässt in dein Leben, weil man kann es, kann nicht alles Drama vermeiden und man kann viel Drama vermeiden im Leben. Aber es hat halt einen Preis, beziehungsweise hat einen Grund, warum wir das manchmal unbewusst suchen und das wollen wir hier mal explorieren in diesem Kurs. Und wir machen das, das ist jetzt mal so ein Monatskurs, wo jetzt nicht unbedingt jeden Tag eine neue Aufgabe kommt. Also manchmal kommen Aufgaben, manchmal kommen eben neue Videos, die das Thema weiter beleuchten. Aber ich habe mal dieses Challenge-Format gewählt, das heißt, jeden Morgen bekommst du eine neue Aufgabe oder ein neues Video freigeschaltet. Du kriegst in der Regel auch eine Mail, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht klappen sollte, guck einfach in deinen Kurs rein und dann ist das am nächsten Tag freigeschaltet. Ja, also wir gucken auf dieses persönliche Drama und ich habe da so eine sehr neutrale Definition zu. Und warum und wieso wir das so machen, da kommen wir dann im Weiteren noch drauf. Und zwar ist für mich Drama, wenn man jetzt erstmal auf sich selbst guckt, ist das, dass du starke Unterschiede in deinem Leben erlebst. Also was heißt Unterschiede? Gehen wir mal auf toxische Beziehungen, die offensichtlich viel Drama erzeugen. Du erlebst starke Unterschiede, so himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Also du machst irgendeine Erfahrung, wo jemand heiß-kalt spielt zum Beispiel mit dir so und es gibt große Unterschiede. Also mal bist du dieser Person nah, mal bist du der Person nicht nah und das kannst du natürlich auch mit Freunden haben. Oder du kannst auch eine dramatische Arbeit haben, du bist Rettungssanitäter, jeden Tag Action, 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 jeden Tag neue Situationen, bei der du gefordert bist. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, Drama hat da nicht mehr mit starken Emotionen zu tun, also damit zu tun, dass jetzt muss das gemacht werden. Also ich bin Rettungssanitäter, jetzt muss ich diese Person beatmen, sonst stirbt sie einfach, sie stirbt, sie wird sterben. Ich muss sie jetzt beatmen, ich muss das Herzgerät anlegen, also da kannst du starke Emotionen erleben, natürlich auch wieder toxische Beziehungen, heiß-kalt, du erlebst extrem Liebeskummer. Plötzlich meldet sich dein Typ, deine Freundin wieder und ihr habt wieder Versöhnungssex, hoch, runter, rauf, rechts, links, es erzeugt starke Emotionen. Dritter Punkt, es erzeugt starke Überraschungen, Drama. Drama hat auch häufig damit zu tun, dass irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Also Vorhersehbarkeit ist eigentlich so ein bisschen das Gegenteil von Drama auf eine gewisse Weise. Also es entsteht immer was Neues, mit dem du nicht gerechnet hast. Und der vierte Punkt, den ich mich aufgeschrieben habe, sind starke Fantasien. Also das heißt, Drama hat häufig mit so einem Fantasieraum zu tun, wo du, das sieht man bei Beziehungen oder gerade toxische Beziehungen sehr deutlich, in der Realität ist es ja ein Albtraum so. Aber in unserer Fantasiewelt haben wir das Gefühl, wenn sich diese Person jetzt zu mir committet, dann habe ich alles Glück auf Erden, dann werde ich auf meinem Einhorn in Sonnenuntergang reiten, alles wird gut. Ist natürlich nicht so, aber abgesehen davon, dass es nie eintritt. Aber warum das so viel Drama erzeugt, ist diese Fantasiewelt. Ich muss nur noch einen Schritt machen, dann werden alle meine Träume wahr. Und auch dieser Fantasiemodus erzeugt eben eine Menge Drama. Und jetzt könnte man ja sagen, wer will das schon, aber so einfach ist es tatsächlich nicht. Weil Drama, habe ich wirklich gelernt in meiner Arbeit und auch in meinem Leben, überdeckt einfach perfekt alles Mögliche, was da drunter liegt. Also was könnte man überdecken wollen mit Drama? Also eine innere Leere, eine Langeweile im Leben, auch ein Gehirn vielleicht, was eben einfach nicht so viel Dopamin produziert. Ja, dieses Gefühl, auch eine gewisse Sinnlosigkeit im Leben, mit dem man sich vielleicht mal stellen muss, um das irgendwie abzustellen. Aber anstattdessen, ja, leben wir halt unbewusst häufig, die meisten Menschen würde es glaube ich nicht zugeben, aber leben wir unbewusst Drama, weil durch dieses Reißen an uns, dieses Hin und Her, diese, wie gesagt, diese Überraschungen, Emotionen, was weiß ich, werden eben entsprechende Hormone und Neurotransmitter ausgeschüttet. Ja, nicht nur Dopamin, sondern auch Stresshormone und was weiß ich. Man könnte ja denken, es ist etwas Negatives, aber tatsächlich ist dann auf jeden Fall erst mal Action im Kopf und es ist diese, diese Leere ist erst mal weg oder ich muss mit diesem Problem, also das ist zum Beispiel meine, nehmen wir mal an, ich habe jetzt so einen dramatischen Beruf, muss ich mich vielleicht nicht damit befassen, dass meine Ehe nicht funktioniert oder ich, also ich kann mich herrlich ablenken, weil Drama hat ja immer so diese, jetzt muss was getan werden, jetzt ist es wichtig, jetzt so. Und das ist jetzt auch nicht per se negativ, wie gesagt, das wollen wir einfach mal explorieren in diesem Kurs, was davon ist positiv, was ist negativ, weil natürlich kann Leben auch objektiv total langweilig sein und ja, vielleicht will man da ein bisschen mehr Drama sogar haben, auch das werden wir hier besprechen. Also insofern wäre mein Wunsch, dass du mal wirklich distanziert und neutral auf dieses Drama guckst in deinem Leben. Natürlich gibt es auch ein Drama von anderen Menschen, also wenn uns selber schon kein Drama am Leben ist, dann lieben viele Menschen, ich meine, das ist total menschlich, lieben eben das Drama von anderen Menschen, weil man muss es ja nicht selber erleben, man kann es einfach wie so ein Theaterstück zugucken irgendwie und deswegen ist auch so Gossip, Gerüchte und bla bla und quatschen und mit der Freundin über oder einem Kumpel alles mögliche durchquatschen, was jemand anders erlebt hat oder mit der Freundin über ihr Drama sprechen. Ja, löst das auch so ein bisschen manchmal dieses Drama-Problem, weil dann kann ich so ein bisschen das Drama von anderen miterleben, bis es dann halt doch nicht mehr so lustig ist. Also insofern gucken, wenn wir, oder das ist auch mein Wunsch, dass du versuchst, mal Drama ganz neu für dich zu definieren, auf deiner persönlichen Ebene und mir geht es immer darum, Wahlmöglichkeiten zu entwickeln. Also mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, du darfst jetzt überhaupt keinen Drama in deinem Leben haben. Wie gesagt, meistens idealisieren wir dieses Drama ein bisschen und neben diese kurzfristigen, hormonellen oder neurotransmittermäßigen Sachen, die sich gut anfühlen, für uns nehmen wir gerne mit, aber was ist, dass es dann auch unser Leben häufig schadet, irgendwie Drama, das vergessen wir halt gerne. Aber ich möchte einfach gerne, dass nach diesem Kurs so ein bisschen fitter bist, zu überlegen, okay, wo möchte ich Action, Abwechslung, starke Emotionen haben in meinem Leben und wo vielleicht nicht und was ist auch der Nachteil davon, das zu sehr zu suchen, weil da, wenn zum Beispiel bestimmte Neurotransmitter ausgeschüttet werden im Gehirn, die sind ja nicht unendlich vorhanden so, ne? Also ansonsten könnten wir einfach ohne Ende Drogen nehmen und es wäre überhaupt kein Problem, nein. Also bei Drogen ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn du das zu sehr benutzt, also zu sehr, so ich will nur Spaß, ich will nur Spaß, ich will nur Spaß, ja, kannst du haben, kannst du auch chemisch herstellen mit Drogen, aber du ballerst halt deine Rezeptoren aus, ne? Es wird halt immer weniger Spaßhormone ausgeschüttet, die Rezeptoren, die diese Hormone empfangen oder Neurotransmitter, die werden abgebaut und so weiter und so weiter und ja, da kommst du in so eine Abwärtsspirale, wo du eigentlich immer weniger Spaß erlebst, deswegen ist es eine gute Idee, deswegen heißt es ja auch Fastenkur, mal weniger zu machen davon, ne? Mal weniger, ja, weniger Action zu haben, wenn auch über Meditieren sprechen deswegen und so weiter, weil Meditieren ist dafür auch nicht perfekt, um dann hier mal runterzufahren, um dann Sachen wieder neu genießen zu können. Ja, das mal lange Rede, kurzer Sinn, das werden wir uns hier jetzt mal angucken in diesem Kurs und genau, kannst wieder kommentieren und so weiter und ja, wünsche dir schon mal viel Spaß, hau rein! Bis zum nächsten Mal!